Hallo liebe Hexerfreunde, ich bin Nightflyer und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei The Witcher 3 und wir befinden uns immer noch in Novigrad und wir sollen uns unser Schwert abholen bzw. Moment, wir haben gar keinen Questmarker. Das heißt, ich meditiere nochmal eben, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe eben schon einmal meditiert. Jetzt zwei Tage sollten reichen, oder? Also einen Tag habe ich meditiert bereits und jetzt will ich das Schwert haben. Offenbar nicht. Wir haben keinen Questmarker. Man. Das habe ich ja völlig umsonst meditiert. Warte mal, der ist das, ne? Wabelschmied. Latschen wir aber mal hin. Wer hat das ja doch schon fertig? Ich glaube es zwar nicht. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert fertig? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Geil. Nice. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Ape Herr. Ich habe zu danken. Für alles. Okay, wir brauchen offenbar nicht mal was dafür bezahlen. Scherbenschwert. Dann lass uns vielleicht nochmal schauen, was du so da hast. Okay, er hat 1870 Flocken. Teils, wir können ihm direkt mal was verkloppen. Oh, das reint sich sogar. Äh, was haben wir da? Gute erhalten und die Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Aha. Zerlesene verblichene Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Sonstiges. Edwin Greloffs vierte Karte. Erfolge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Das sollten wir, glaube ich, mitnehmen. Diese drei Sachen. Was kosten die? Ich kauf das mal. Was kostet letzte hier? Nix, oder was? 175. Naja, ganz schön. So, jetzt ist er noch reicher. Und jetzt können wir ihm ein bisschen was verkloppen. Ich wollte eigentlich gar nicht handeln, jetzt mitten in der Folge, aber es bietet sich gerade an, ne? Dann guck mal, was wir hier für Scheiß haben alles. Warte mal, wo sind denn unsere guten Sachen? Wo sind denn bitte unsere guten Sachen? Oder hatte ich da gar nichts mehr dabei? Na gut, wir verkaufen jetzt mal einen Schrott hier. Weg damit. Zack. So, zack, zack. Ah, ich glaube, die ausgerüsteten Gegenstände zeigt er hier gar nicht an. Ah ja, genau. Ich hatte auch einiges wieder in die Kiste gelegt, glaube ich. Ich erinnere mich. So. So weit, so gut. Was haben wir hier noch an Ausrüstung? Äh, boah, dieses Menü macht mich fertig. Hier das da, ne? Ähm, das kann weg. Ja, die Stiefel auch weg. Was haben wir da für Stiefel? Neckarlederstiefel, die behalten wir erst mal. Benötigte Stufe 28. So, dann könnten wir vielleicht noch, ähm, reparieren eben. Wenn wir schon mal hier sind. Und. Das war's. Haben wir ein Level abgehabt? Haben wir gerade ein Level abgehabt? Oder weil die, ach ne, weil die Quest abgeschlossen war. Alles klar. Aber wir sind nicht mal weit entfernt vom nächsten Level ab. So, jetzt schauen wir uns mal das Schwertchen an hier. Scherbenschwert. Wow. Plus 20. Das rüsten wir aber so gleich mal aus, würde ich sagen. Da machen wir gar keine Faxen. Sieht auch geil aus, das Teil. Könnten wir vielleicht was reinpacken. Was Gutes. 10 Rüstungsdurchbohrungen. Ich glaub, wir haben schon einen mit 20 Rüstungsdurchbohrungen irgendwo. Äh, wahrscheinlich bei uns in der Kiste. Chance auf Taumeln. Angriffskraft. Äh, nee, das ist mir alles... Okay, da müsste ich jetzt tatsächlich noch mal... Würde ich da gerne noch mal in unsere Kiste gucken. Und ich markiere uns, äh, unsere Kiste mal. Die ist nicht weit entfernt, das ist gut. So. Bist nicht allein. Dann, äh, dieses Schwertchen würde ich doch schon... Gerne, ähm... Zumal da nur ein Stein reinkommt. Wollte ich da doch was ganz Gutes reinpacken, gerne. Oh, jetzt ist noch der Controller alle gleich mal wieder. Ist ja normal. Folge fängt gerade an. Controller ist alle. Oh, da sind wir schon. Siehst du, diese Massage? Abscheulich. So. Lager. Dann schauen wir mal, was wir im Lager haben. So, da haben wir, guck mal. 5% Angriffskraft. Das ist schon besser als die Scheiß 2% da immer. Chance auf Verbrennen. Zeichenintensität. Äh, Verbrennen. 20 Rüstungsdurchbohrungen. Den würde ich vielleicht gern einbauen. Art Zeichenintensität... Ja, Zeichenintensität finde ich da jetzt nicht so wichtig. Chance auf Betäuben. 5% Chance auf Einfrieren. Chance auf Bluten. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht bauen wir uns den ein. So, habe ich mal genommen. Werde ich jetzt mal, äh, direkt ausstatten. Chance auf Bluten. Das ist nicht schlecht. So, äh... Habe ich beide, glaube ich, genommen, ne? Ja, den bauen wir mal ein. Und... Den Rest packen wir vielleicht mal in die Kiste. Warte mal, was habe ich denn eigentlich hier drin? 3% Chance auf Verbrennen. Ja, Verbrennen finde ich eigentlich ganz geil. Gegen Viecher. Lassen wir mal. Ich glaube, da haben wir auch 5% haben wir gar nicht. So, aber wenn wir schon mal dabei sind... Das mache ich ja eh sehr selten. Dieses Ausstatten, Ausrüsten und so weiter. Deswegen packe ich die ganzen Steine... ...jetzt erstmal wieder hier rein. Das entschlackt ein bisschen das Inventar. Boah, das dauert auch lange hier. Müssen wir diese ganzen Steine hier nicht mehr mit uns rumschleppen. Und mit dieser Rüstung, die wir jetzt haben... ...werden wir eh noch eine Weile rumlaufen. Und bis dahin, bis wir was Neues haben... ...werde ich da auch nichts dran verändern irgendwie. Die können wir auch wegpacken. Ich könnte da mit Sicherheit auch die eine oder andere... ...Rune oder Glyphe verkaufen. Aber mein Gott, wir haben 20.000 da. So geldgeil bin ich jetzt nicht. Ey, wieso springe ich denn immer auf die Kiste hinterher? So, das haben wir. Was wollte ich als nächstes machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich habe aber vergessen, was es war. Der Spieler der Großstadt. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Freiwilliger Novigrad. Schau dich in der Umgebung um. Alte Freunde. Das sind mehrere Orte. Oh Mensch, wir sind mit den Quests bald durch hier, ne? Hammer. Ja, komm, dann würde ich sagen, hier, freiwilliger. Wo müssen wir denn hin? Latschen wir da mal hin. Ja, sorry. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Jetzt müssen wir aus Novigrad raus hier. Äh. 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 Was? Das ist doch Ochsenfort. Hier. Ne, das will ich jetzt nicht machen. Ne, da machen wir jetzt was ganz anderes. Ne, Quests. Hm. Da steht Novigrad. Das ist doch voll in Toren von Ochsenfort da. Als Gerard durch die Sonnlinge aber vom Krieg gezeichneten Lande nahe Ochsenfort zog, hörte er ein äußerst seltsames... Ich will das jetzt machen. Das machen wir jetzt. Komm, wir suchen uns einen Schnellreisepunkt. Beziehungsweise wir stehen an einem Schnellreisepunkt und ist denn da einer in der Nähe? Nicht wirklich. Oh. Oh. Okay, das könnte interessant werden, denn es ist ein weiter Weg. Ja, wir könnten jetzt von Ochsenfort aus dahin gehen. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das Sinn macht. Oder vielleicht doch. Wir könnten hier mit dem Bötchen da rüber setzen. Und hier die ein, zwei Fragezeichen hier mitnehmen. Vielleicht machen wir das. Halte ich für eine gute Idee. Gut. Schnell reisen. So, äh, wir könnten natürlich auch hier starten. Beim Grenzposten, denn hier ist eine Quest. Und könnten dann hier so ein bisschen... Äh, vielleicht machen wir das so. Ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Okay. So, der Grenzposten. Äh, was? Ah, ist ein Hund. Hatte ich jetzt, äh, die Queste habe ich, äh, markiert. Aber, was ich nicht markiert habe, ist die Quest. Äh, die sollte ich auch markieren. Wobei, äh, die ja nicht wirklich zu verfehlen ist, wenn wir hier dem Weg folgen. Hund, geh mir aus dem Weg. Ah, ich erinnere mich an diesen Grenzposten. Hier sind wir nämlich ursprünglich nicht durchgekommen. An den erinnere ich mich sehr gut. Hier ist nämlich irgendwo auch... Ah, ich glaube, ich weiß, was die Quest sein könnte. Oder? Wir werden es gleich sehen. Ja, das haben wir alle schon mal gesehen. Hier waren wir noch relativ am Anfang, als wir hier angekommen sind. Ja, genau, der zwielichtige Händler. Das ist die Quest. Ja, wir wissen, wir brauchen den Schein nicht. Von daher weiß ich nicht, was uns diese Quest bringt. Äh, nein, kein Interesse. Ich glaube, ich weiß auch, welche Arbeit das ist. Ich muss drüber nachdenken. Bis dann. Das war hier irgendwie Viechermetzeln oder so. Aber dann hätten wir es erledigt, oder? Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ja, ja, komm, überspring das mal. Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Warte mal. Ich meine, das war eine... Warte. Ja, ich muss speichern vorher. Ich meine, das war eine Quest, die ich nicht machen wollte. Ja, ja, ist gut. Okay, was für Arbeit? Was für Arbeit? Genau. Wir haben das schon gemacht. Ah, okay, jetzt geht es hier. Ach, interessant. Vielleicht hätte ich damals noch mal mit dem sprechen sollen. Ich kann mich nämlich genau daran erinnern, dass ich mich da tatsächlich geweigert habe. Wir brauchen den Schein. Ich sage dem, das ist einfach, dass ich mich geweigert habe. Ich glaube, ich weiß, von wem du redest. Aber leider helfe ich solchen Leuten nicht. Wenn nicht, dann nicht. Hat ja jeder seine Gründe. Aber Rabatt gibt es dann keinen. Okay. Ich muss drüber nachdenken. Bis dann. Ja, wir brauchen den Schein ja gar nicht. Ich finde das nur halt nervig, dass der jetzt als Quest angezeigt wird. Das nervt mich. Weil ich da wahrscheinlich im Laufe des Plätz Plays noch 300 Mal hinlaufen werde. Mann, Kacke. Okay, ja, Quest. Wehen wir mal das nächste aus. Ach, da war noch ein Anschlagbrett. Das hätte ich lesen können. Das ist ausgegraut, oder? Das ist ausgegraut, ne? Ich glaube, das ist ausgegraut. Und ich kann mich auch erinnern, dass das Buggy war am Anfang. Aber guck mal, hier ist noch ein Monsterlager. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen zu diesem Monsternest, würde ich sagen. Oder wir könnten uns auch erstmal das da ansehen. Also, ich mache eine Markierung hier hin. Damit wir das nicht verfehlen. Und dann holen wir uns Plötze ran. Sag mal, ist hier kein Schnellreisepunkt? Irritiert mich etwas. Okay, dann reiten wir mal ein bisschen gemütlich durch die Gegend hier. Okay. Und erkunden die Welt. Ja, das ärgert mich, dass der jetzt immer noch als Quest angezeigt wird. Aber gut. Ich weiß nicht, ob wir genau hier schon mal lang geritten sind. Ist alles abgebrannt hier. Ich erinnere mich, hier war eine Quest. Hier haben wir mal eine Quest gefunden. Mit einer Elfin, glaube ich. Der haben wir geholfen. Soweit ich mich erinnere. Oh, jetzt ist es schon so lange her. Aber so ein paar Kleinigkeiten, äh, sind doch noch da. Langsam. Okay. Warte mal. Da habe ich gerade was gesehen. Warte mal. Ich reite auch. Ach, ich reite doch wieder. Hier kommen wir nicht lang. Okay. Ich reite doch schon wieder hier, äh, total bescheuert durch die Gegend. Jetzt sind wir noch nicht bei dem anderen Monsternest gelandet. Zu dem ich gar nicht wollte. Aber jetzt sind wir hier. Und deswegen schauen wir uns das mal an. Weil ich mal wieder, ähm, der Quest gefolgt bin und nicht unserer Markierung. Ah, und schon haben wir wieder eine Achselhüfe im Gepäck. Hast du das Ziel in den Stiefeln? Überlegender Nordwind. Was denn das? Was ist ein Nordwind? Okay, wo ist das Monsternest? Offenbar haben wir die Neckar schon mal eliminiert hier. Na, traut mal einer auf, oder? Sieht nicht so aus. Ah, es könnte sein, dass ich die Neckar hier schon mal bekämpft habe. Oh, hier, das, ähm, Bienenhonig. Wie war denn das nochmal? Muss ich das, das musste ich mit... Aua! Jetzt haben die mich gestochen. Mit Igni, ne? Glaube ich. Oder wie war das? Jetzt können wir es hochnehmen. Und wir haben noch Honigwabe. Und die können wir ja verkaufen. Im Weißgarten, glaube ich. Wenn ich mir nicht irre. Okay, haben wir die jetzt genommen? Weil die liegt immer noch da. Hm, keine Ahnung. So, schauen wir nochmal kurz. Da ist ein Fass, das könnten wir entzünden. Guck mal da, nochmal. Ne, was ist denn das da? Doch! Aua! Die haben mich schon wieder gestochen. Die sind so gemein. So, noch mehr Honigwaben. Der Kollege da. Und hier waren noch irgendwo welche. Habe ich gerade gesehen. Oder ne, ist eine Pflanze. Ich dachte, ich hatte ja noch Honigwaben gesehen. Habe mich wohl verguckt. Das war nur die Pflanze. Okay. Äh, ich gehe jetzt mal ohne Platz kurz weiter. Der Weg ist nicht weit. Guck mal, jetzt noch lauter Zeug zum mitnehmen. Okay, hier nicht. Gut, folgen wir mal den Weg. Beziehungsweise gucken wir hier nochmal kurz. Aber das scheinen wir geplündert zu haben. So, hier ist unsere Quest-Markierung. Also beziehungsweise unser Marker. Können wir hier rein? Ne, können wir nicht. Und jetzt brauchen wir hier eigentlich nur den Weg folgen. Und dann haben wir da ein altes Gemäuer. Ja, wir sind genau bei dem richtigen Wetter hier. Damit das auch schön gruselig ist hier. Äh, hintwacht. Und hier haben wir einen Schnellreisepunkt. Sehr gut. Okay, was könnte es hier geben? Könnte eine Schatzsuche sein, möglicherweise hier. Floren. Zwergen, Schnaps, Fläschchen. Gucken wir mal nach unten. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter. Interessant. Na, hier treibt er bestimmt in irgendeinem Monster sein Unwesen. Da ist ein Zettel, glaube ich. äh, bei dem Skelett hier. Enog, Map, Tät, Morg. Das dürfte elfisch sein. Buch ist verbrannt. Nur ein wenige Seiten, was? Nur ein wenige Seiten sind noch intakt. Das Problem ist, ich kann es natürlich nicht lesen. Das ist elfisch oder so. Ach, da fällt mir gerade ein. Den Schatz haben wir uns noch nicht angeguckt hier. Gute Heide-Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Aus Sicherheitsgründen hat Elgar seine Schemas zur Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung an verschiedenen Orten versteckt. Einen Satz hat er in einer Unterwasserhöhle unter einer Burg in Velen platziert. Das kennen wir doch, oder? Einen weiteren Satz ließ er in einer Höhle südlich von Ochsenfort. Einen dritten versteckt er in den Elfenruinen auf einer kleinen Insel im Süden Velens. Wobei, nee, ich verwechsel das gerade mit einer anderen Schatzsuche. So, dann haben wir Elgar hat Schemas zur Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung. Einige liegen im Elfenruinen, so wie in einem versunkenen Schiff in Süden Velens. Andere befinden sich in einem Versteck weit südlich von Ochsenfort. Was haben wir hier noch? Die vierte Karte. Die Schrift auf der Karte ist mit getrocknetem Blut verschmiert und ist unleserlich. Die Karte ist in einem feuchten Dreck wert. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind ein paar an die Wände gekritzerte Greifensymbole. Wir werden nicht mal ansatzweise genug erhalten, um die Schulden zurückzuzahlen, die wir diesem Schnösel von Doktor zu verdanken haben. Zum Glück ist er jetzt Futter für die Würmer. Aber vielleicht lohnt es sich ja, in das Grab unter dem Buckelhügel einzusteigen. Unser guter Herr Doktor hat seine Zeit bestimmt nicht damit vergeudet, nach primitiven Zeichnungen zu suchen. Da muss es irgendwo einen Schatz geben. Okay, wir haben also weitere Schatzsuchen bekommen. Ja. Ja, okay. Ich bin natürlich scharf auf die Wolfsschulenausrüstung. Auf jeden Fall. Denn wir gehören ja nun mal der Wolfsschule an. Warte mal, hier können wir nach oben gehen. Oh, da hat sich einer aufgehängt. Oder wurde aufgehängt. Wie auch immer. Kristallisierte Essenz. Eine neue Armbrust. Ja. Sattel. Ja, da können wir alles verkloppen, die Scheiße. Okay. Gut, wir sind von wo gekommen? Von da sind wir gekommen. Also geht es hier weiter. Mal kurz gucken, ob wir nichts übersehen haben. Hier scheint Ende zu sein. Hm, das ist so ein ziemlich großes Gemäuer. Hier müsste es doch noch viel mehr geben. Also hier muss es auch noch nach oben gehen irgendwie. Aber es ist auch natürlich ziemlich eingestürzt hier. Aber einen Weg nach oben sehe ich hier nicht. Hm. Dafür, dass das so ein großes Gemäuer ist? Können wir mal eben hier rumgucken. Ja, hier kommen wir nicht lang. Warte mal, wenn wir von da einen Blick werfen. Gehen wir mal hier runter. Ja. Warte mal, da ist noch was. Da in dem Fass war auch noch was. Meisterreparaturset finde ich gut. Die können wir immer gebrauchen. Ja, jetzt würde ich hochklettern. Ah ja, sorry, Gered. Was haben wir denn hier? Okay, es geht also doch ein bisschen nach oben. Das finde ich gut. Nein. Oh, ich hätte es ja fast wieder runtergefallen. Äh. Hier ist jetzt keine Leiter. Also muss ich hier irgendwie hoch springen. Was Gerard aber nicht so richtig tut. Doch jetzt. Müssen wir mal festhalten. Neue Markierungen Monsternest. Ach, das ist hier oben das Monsternest. Alles klar. Waren wir hier nicht schon mal? Das erinnert mich jetzt an irgendwas anderes. Okay, das Monsternest scheint da drin zu sein, glaube ich. Oder? Wir waren also schon mal hier, oder? Ne, das kann ja nicht sein. Dann hätten wir ja den Schnellreisepunkt gehabt, oder? Komisch. Warum sind denn hier keine Viecher? Also ich hätte jetzt gesagt, wir waren schon mal hier. Ähm. Haben die Viecher erledigt. Aber. Wir hatten keine Bomben. Um die Nester zu zerstören. Aber dann würde auch nicht das ganze Zeug hier rumliegen. Dann hätten wir hier schon gelootet. Steht nicht so ganz ehrlich gesagt. Aber gut. So, ist hier unten noch irgendwas? Aber ja. Ähm. Was? Habe ich nicht vorhin gesagt, hier ist Ende? Ja, ich habe echt gedacht, hier wäre Ende gewesen. Und wir hätten hier weitergehen können. Voll verarscht. Okay. Was ist da noch? Oh, hier gucken wir auch noch rein. Oh, hier ist noch was. Guck mal an. Aussage von Hexer Georg. Ich, der Unterzeichner Georg von Kargen, Hexer von Beruf, sage folgendes aus. Während meiner Reise durch Wählen wurde ich aufgefordert, eine Aussage als Experte in der Angelegenheit des Angeklagten Bartoslav von Lufeld zu machen. Diesem Bartoslav wird vorgeworfen, mehrere Schiffbrüche in der Nähe des Leuchtturms verursacht zu haben, der in seinem Zuständigkeitsbereich liegt. Schiffe wurden durch falsche Signale von diesem Leuchtturm wiederholt gegen die Felsen einer Küste geworfen und der Leuchtturmwärter wird für diese Vorfälle verantwortlich gemacht. Während des Prozesses sagte Bartoslav aus, dass er seine Pflicht gewissenhaft erfüllt habe und dass die Unfälle von Nachterscheinungen verursacht worden seien. Ich habe jedoch die wahre Ursache für die Katastrophen herausgefunden. Sie wurden nicht durch die Nachterscheinungen verursacht, wie der Angeklagter behauptete, und sie waren auch nicht seine Schuld. Es waren Schurken aus der Gegend, die nachts aus den Hügeln Feuer entzündeten und anschließend die Schiffe ausraubten, die an der Küste zerschellten. Der Sohn von Bartoslav hatte mich auf diese Spur gebracht, als er mir die Asche dieser irreführenden Feuer zeigte. Meine Aussage belegt, dass der Leuchtturmwärter Bartoslav von Lufeld der ihm vorgeworfenen Verbrechen nicht schuldig ist und daher freigelassen werden sollte. Aus diesem Grund bitte ich den Gerichtsdiener darum, den Leuchtturmwärter und dessen Familie unter seinen Schutz zu stellen, da die Erkenntnisse, die ich mithilfe von Bartoslavs Sohn gewonnen habe, sicherlich zu Racheakten führen werden. Ich kann den Schutz der Familie nicht selbst übernehmen, da ich einen Auftrag angenommen habe, einen Drachen zu töten, der angeblich auf den Buckelhügeln lauert. Deshalb muss ich schnell dorthin zurückkehren, um die Bestie zu töten und meinen Auftrag zu erfüllen. Unterschrift Georg von Kagen, Hexer, Protokoll, Vincenzo Stock, stellvertretender Marschall der königlichen Präfektur in Gors, wählen. Okay, das war lang. Von Hexer Georg haben wir schon einiges gefunden. Jetzt haben wir noch Ballstocks Brief, den wir uns auch noch anschauen. Mögen die Götter auf dich und meine Schwester herunterlächeln. Ich bitte dich, meine Worte sorgfältig durchzulesen, denn sie sind sehr wichtig. Sobald du dieses Schreiben in der Hand hältst, galoppiere zu diesem Hela Kramer in Maribor. Sag ihm, dass wir erstklassige Ausrüstung und Schemas für Hexerschwerter zu verkaufen haben. Ja, ich kann sehen, wie du dich am Kopf kratzt oder vielmehr am Arsch und dich fragst, habe ich richtig gehört? Ja, hast du. Ich hatte das Glück, mich um einen Hexer zu kümmern, der mit einem Fuß bereits im Grab stand und mit dem anderen schon fast drin ist. Ich saß da und beobachtete, wie der arme Mann heftige Qualen erlitt und dachte mir, diese Ausrüstung und diese Papiere braucht er dort nicht mehr, wohin er geht. Aber für uns wären sie der Anfang in der Geschäftswelt, wenn wir sie für den richtigen Preis verkaufen. Ja, ich weiß, dass du dir Sorgen machst, also hör sofort wieder damit auf. Ich habe nicht alles genommen, deshalb wird niemand merken, dass überhaupt etwas von seinen Sachen fehlt. Trotzdem schade, denn dieser Hexer war ein guter Mann. Erst half er dem Baronett, das Rätsel, um diesen Leuchtturm zu lösen, der die Schiffe in den Felsen zerschellen ließ, dann tötete er den Drachen, der die vielen Bauern verschlungen hat. Das Problem war nur, dass ein Drache kein Zuckerschlecken ist und unser mutiger Held ziemlich viel einstecken musste. Er ist erledigt, das steht fest. Und sobald er in der Gruft in den Buckelhügeln begraben ist, komme ich direkt zu euch. Da stellt sich nur die Frage, wie sie ihn überhaupt in der Gruft begraben wollten, denn dort soll sich ein Vampir häuslich eingerichtet haben. PS. Ich habe den Hexer auch um ein paar Fläschchen erleichtert. Aber da sie die Reise sicherlich nicht überleben werden, trinke ich sie lieber selbst und bin schon sehr gespannt, wie der Hexerfusel schmeckt. Vielleicht ließ sie sich damit ja auch ein Geschäft aufziehen. Dein Schwager, A. Ballstock. Wow, viel zu lesen. Ja, die Queste haben wir jetzt natürlich nicht. Sollen wir machen noch ein Feuerchen an hier für den Ballstock, wie er oder wie er heißt. Ja, Hexer Georg ist offenbar Geschichte. Also das wussten wir ja, glaube ich, auch schon. Ich kann mich jetzt nicht mehr an die ganzen Einzelheiten erinnern um Hexer Georg. Aber, ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, der ist tot. Sollte sie wahrscheinlich gestorben, nachdem er halt mit einem Drachen gekämpft hat. Ja, und. Jetzt wollte ich gerade sagen, damit sind wir auch durch für diese Folge. Ne, pass auf, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Sind wir noch nicht. Monsternester haben wir erledigt, zwei Stück. Leider waren keine Viecher mehr da. Keine Kämpfe. Aber ganz ehrlich, wir können hier noch nicht gewesen sein, sonst hätten wir den Schnellreisepunkt gehabt. Können wir den vielleicht nutzen, vielleicht sogar? Mal gucken. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Tja. Dann würde ich sagen, werde ich die Folge doch bzw. latschen hier nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Und dann werden wir in der nächsten Folge dieses Fragezeichen dann noch machen und dann hoffentlich unseren Weg zur Quest finden. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und oder einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.